ein und aber ich weiß gar nicht ich weiß wann ich weiß nicht ein paar gehen mit so einem Hackenkopf voller Geld ernsthaft? die können wir richtig rasieren ey krass wir rasieren gegen den Strich aus ja mal noch ein bisschen machen hau mal das geht ey du hast mir doch letztens von diesem Typen erzählt ja ich hab ihn auf jeden Fall beobachtet und er kommt ja jeden Samstag um 16 Uhr lang mit unserem Silber говоря Nackenkoffer. 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 Oh, fuck. Was ist passiert? Ich muss meinen Körper haben. Scheiße, ich wurde geklaut. Ich muss die Polizei rufen. Hallo Polizei. Ich wurde eben im Stadtpark gestohlen. Von zwei Personen. Der eine hatte einen Helm auf. Den zweiten könnte ich wiedererkennen. Können Sie mir Hilfe schicken? Fuck, mir geht's nicht gut. Ich wurde irgendwie getäubt. Okay? Ja, ich warte hier. Bis. Guck mal, passt der nicht zur Täterbeschreibung? Die ganze Salach aus. Oh, scheiße, guck. Richtig lauter! Wer ist dein Freund? Welcher Freund? Wir wissen, dass du ihn kennst. Sag uns die Wahrheit. Ich kenn können. Dann bist du jetzt vorläufig festgenommen. Ich hol dich zur Täter. Ugh. Ich kann, dass du dich hier als ein Fisch nicht gewaltt. Und du sagst, dass du dich bist. Du sagst, was du dich da?